Viele von euch haben die Pianorolle mit ihrer ersten DAW kennengelernt. Jeder aber, der auch nur ein bisschen was mit Musik zu tun hat, kennt sowas natürlich auch. Mit der sogenannten Partitur an sich kannst du Songs so schreiben, wie es Mozart schon gemacht hat. Und das ist nicht nur für die Profis von euch von Vorteil. Die hat nämlich so einiges auf den Kasten, was deren Bearbeitungsfunktionen und Ansichten betrifft. Schlagzeugpartituren, Gitarrentabs, Akkorde mit Griffbrettanzeigen. Es gibt in Cakewalk so wahnsinnig viele Möglichkeiten Noten einzugeben und die schauen wir uns jetzt an. Und das wird halt richtig weit, versprochen. Jahu.de, hallo meine Lieben, der Andi von Thöricht hier. Um auf eure Partitur zuzugreifen, brauchen wir erst eine Spur, wo wir die Noten reinschreiben können. Ziehen wir uns dazu das Cakewalk eigene E-Piano in die Spuransicht und öffnen es als einfache Instrumentenspur. Dann markieren wir die Spur und gehen dann auf Ansicht, Partituransicht. Oder für die Tastatur-Shortcut-Liebhabenden unter euch einfach Alt plus 6. Wie auch die Pianorolle dockt die Partitur nun unten ans Multidock an. Dadurch geht ihr jetzt immer so halb auf und mit der Taste D wie Dora könnt ihr das schnell ein- und ausblenden. Wenn ihr das in Vollansicht haben möchtet, drückt einmal Umschalt D und jetzt könnt ihr wieder mit D zwischen der und der Spuransicht wechseln. Oder ihr macht es ganz anders, indem ihr das einfach rauszieht aus Cakewalk und somit wird ein schwebendes Fenster draus. Zum wieder andocken einfach wieder in den Multidock-Bereich ziehen. Das ist die Partituransicht und wir verschaffen uns erstmal einen kurzen Überblick, bevor wir ins Detail gehen. Hier oben ist der Menübereich, mit dem es verschiedene Funktionen wie zum Beispiel Drucken gibt. Auch wenn wir das dann zusammen ausdrucken, die Partitur ist primär zum Erstellen von Noten, die zur Steuerung von MIDI-Geräten oder Instrumenten geeignet sind. Wollt ihr professionelle Partituren erstellen, dann guckt euch mal die Software MuseScore an. Hier haben wir ein Notenauswahlwerkzeug, um schnell zwischen den verschiedenen Längen zu wechseln. Darunter gibt es die Zoom-Funktion. Mit einem Linksklick auf das Plus vergrößern wir und mit einem Klick auf das Minus geht es wieder weiter weg. Mit Mausrad und gedrückter Alt-Taste, wie wir es gewohnt sind in Cakewalk, geht der Zoom hier leider nicht. Das mache ich zwischen den beiden Buttons mit Linksklick nach oben und nach unten ziehen. Rauf und runter scrollen geht wieder wie gewohnt mit dem Mausrad. Will ich nach links oder rechts, halte ich beim Scrollen die STRG-Taste gedrückt. Daneben in der Werkzeugleiste kann ich noch weitere Modi auswählen, um neben Noten auch Sachen wie Akkordsymbole, Songtexte oder ein Systempedal einzufügen. Sustain, sagen wir mal Sustain. Manche von denen sind Mini-Funktionen und andere sind wiederum rein kosmetisch und schauen heute einfach nur gut aus. Rechts daneben ist mein Infofenster. Das zeigt an, auf welcher Position mein Mauszeiger gerade hinzeigt. Und mit einem Linksklick kann ich einfach meine Noten eintragen. Da oben wähle ich mir eine Viertelnote aus und klicke hier an den Anfang mit Linksklick die Note F ein. Geht das nicht, stellt sicher, dass ihr auch mit dem Smart-Tool arbeitet. Entweder oben im Modul auswählen oder alternativ mit dem Mausrad-Klick. Wahnsinnig hilfreich ist dabei mein Infofenster. Da drin befinden sich drei Infos, die uns mehr zur aktuellen Mausposition verraten. Wo befindet sich die Position anhand der Zeitleiste, also links-rechts? Und das wird unterteilt in Takt, Grundschlag und Ticks. Das hier sind die Takte. Takt 1, 2, 3 und so weiter. Diese sind jeweils unterteilt in Schläge. In unserem Fall bei vier Viertel sind das jeweils vier Viertelnoten. Somit ist ein Takt eine ganze Note lang, ein Schlag eine Viertelnote. Geht natürlich auch noch kleiner. Dazu wird dann so ein Schlag oder auch Grundschlag in sogenannte Ticks aufgeteilt. Dabei sind dann 960 Ticks eine Viertelnote. Falls euch das aus irgendeinem Grund nicht gefällt oder das Mini-Gerät, das ihr ansteuert, einen anderen Wert verwendet, drückt ihr die Taste P für die Voreinstellungen und könnt dies unter Projekt-Taktquelle abändern. Für den Rest von uns ist aber eine Viertelnote 960 Ticks lang, eine Achtelnote 480 Ticks, eine Sechzehntelnote 240 Ticks, eine Zweiunddreißigstel 120, ein Vierundsechzigstel sind 60 und ein Hundertundzwanzigstel sind 30 Ticks. Als weitere Info haben wir die Note, auf die wir zeigen oder mit einem Klick zeichnen würden. Aber nicht nur die Note selbst, auch die zugehörige Midi-Notennummer. Mithilfe des Infofensters geht das nun wesentlich einfacher. Am Position-Takt 2, Grundschlag 2, also hier, will ich eine Achtelnote reinzeichnen. Die Länge wähle ich mir hier aus und wenn ich jetzt klicke, wird doch wieder eine Viertelnote draus. Da wären wir schon bei der ersten Hürde, die viele Anfänger verzweifeln lässt und sie wieder zur Pianorolle zurückspringen. Die Lösung ist aber ganz einfach. Es ist nämlich nur Ansichtssache. Dazu müsst ihr unter Anzeige Längen auf Runden ausschalten. Jetzt wird die Länge korrekt angezeigt. Ich setze mir auf Position 2, 0,2, 4, 8, 0, also genau hier noch ein Sechzehntel und daneben bei Ticks 720 noch ein Zweiunddreißigstel. Aber jetzt ist das Zweiunddreißigstel doch wieder ein Sechzehntel. Aber auch hier wieder alles nur Ansichtssache. Die Darstellung ist im Moment auf Sechzehntel eingestellt. Heißt also Sechzehntel sind die kleinste dargestellte Note. Hab ich Zweiunddreißigstel Noten und hab die Auflösung als Sechzehntel, sehen die Zweiunddreißigstel so aus, als würden die immer zeitgleich spielen. Stelle ich auf Zweiunddreißigstel um, wird's auch korrekt dargestellt. Wie ihr auch schon gesehen habt, braucht ihr euch um die dargestellte Taktlänge und Pausenzeichen überhaupt keine Gedanken machen. Das macht Cakewalk automatisch. Die Noten senden Midi-Daten, die Pausenzeichen nicht. Die sind rein kosmetisch. Es gehen aber auch andere Längen, zum Beispiel kann ich hier auf Triolen wechseln. Bevor ihr die aber verschiebt, macht euch im Raster auch die Drittel an, sonst wird die Note bereits beim Draufklicken aus seiner Originalposition verschoben und das schöne Triolendrittel ist damit kaputt. Punktierte Noten gehen auch, und zwar mit diesem Button. Natürlich kann ich auch eine Note nachträglich verschieben. Wie auch in der Pianorolle ist die Rasterfunktion dabei ziemlich nützlich. Die kann ich mit der Taste N wie Noster schnell ein- und abschalten. Ein großer Vorteil gegenüber der Pianorolle ist, dass ich nur Noten reinzeichne, die in der Tonart vorkommen, die ich in meinem Projekt definiert habe. Ich bin hier in meiner Partitur in C-Dur, beziehungsweise A-Moll, also ohne irgendein Vorzeichen, und damit gehen die Noten C, D, E, F, G, A, H und wieder C. Andere, wie zum Beispiel ein Fis, gehen auch, aber nicht so einfach. Um eine Tonart fremde Note zu erstellen, links klick und gedrückt halten, währenddessen einmal kurz rechts klick und mit immer noch gedrückter Linkstaste könnt ihr nun alle verfügbaren Noten auswählen und positionieren, sobald ihr die Maustaste loslasst. Das geht auch mit vorhandenen Noten. Macht das aber nicht behelfsmäßig, wenn ihr in einer anderen Tonart komponiert. Stellt dazu am besten die Tonart im Projekt um. Das haben wir vorher noch nie gemacht, weil es in der Pianorolle ja immer furzegal war. Das aber eh nur wieder Ansichtssache ist, macht es auch wieder Sinn. Außerdem seid ihr dann nicht nur auf eine Tonart pro Projekt beschränkt. Will ich in G-Dur arbeiten, gehe ich erstmal auf Ansicht, Takt, Tonart. Und da finde ich in der Liste einen Eintrag 1, Vierviertel, C. Heißt, dieses Projekt läuft ab Takt 1 im Viervierteltakt in C-Dur. Möchte ich das ändern, mache ich einen Doppelklick drauf und kann nun Takt und Tonart anpassen. Das ist somit für das gesamte Projekt. Will ich Tonart und oder Takt ab Takt 15 anders haben, klicke ich auf das Plus und trage die Daten entsprechend ein. Uns reicht aber erstmal, wenn das ganze Projekt in G-Dur läuft. Wieder zurück in der Partitorensicht hat sich auch etwas geändert. Zum einen sehen wir jetzt hier ein Vorzeichen passend zur Tonart G. Aber auch meine Fs wurden hier mit einem Vorzeichen versehen, weil es in G-Dur hier ohne Vorzeichen ein Fis wäre. Weil es aber ein F ist, muss das mit einem Vorzeichen gekennzeichnet werden. Zeichne ich nun aber eine neue Note an der F-Position, macht es daraus korrekterweise ein Fis, weil wir in G-Dur sind. Jetzt gibt es aber natürlich noch viele andere Layouts, mit denen ich arbeiten kann. Mit einem Klick hier übers Menü, Bearbeiten Format, komme ich zu den Layout-Optionen. Und da gibt es schon mal eine Auswahl der sogenannten Schlüssel. Im Moment haben wir den Violin-Schlüssel. Wir können aber auch Bass-Schlüssel oder beide, Alt, Tenor, Oktaviert oder Percussion. Ziehen wir uns dazu Cakebox, Schlagzeug, VST als Instrumentenspur ins Projekt, wählen diese an und gehen wieder auf Ansicht, Partitur. In den Layout-Optionen stellen wir die Partitur auf Percussion um. Das hier steht dann für eine Kick, Hirn ist näher, Hi-Hat geschlossen oder offen. Das könnt ihr euch alles so anpassen, wie ihr wollt. Im Layout-Menü gibt es hier den Button Percussion-Einstellungen und hier lässt sich jede Midi-Note einer Position und Form in der Partitur zuordnen. Aber auch ihr mit Bass und Gitarre kommt auf eure Kosten. Ich spiele auf der Gitarre mal diesen C-Aquad. Anstatt jetzt umzudenken, was hier welche Note sein könnte, nutze ich lieber die Tabulatur-Ansicht. In den Layout-Optionen aktiviert ihr dazu Tabulator-Anzeigen und welches Layout ihr haben wollt. Was oder Gitarre. Die Midi-Gitarre ignorieren wir erst einmal kurz. Jetzt kann ich meine Griffe auch so eintragen, wie ich sie spiele. Mit Linksklick füge ich eine Note ein. Dabei halte ich die Maustaste aber gedrückt und ziehe nach oben oder unten, um die Fret-Position anzugeben. Zeichnen wir den Akkord von eben. Die E-Seite lassen wir leer, ist ja E-gemutet. Beim A-Klicken ziehen wir auf Bund Nummer 3, also ein C. Beim D Bund Nummer 2 für ein E. G spielt leer, also 0. Bei der H-Seite nehmen wir den ersten Bund, damit es ein C draus wird. Und die hohe E-Seite spielt auch leer, wieder mit 0. Bund. Da wird aber dann nicht unterschieden zwischen zum Beispiel einem E auf der offenen E-Seite und einem E auf der H-Seite im fünften Bund. Beides sind für Cakewalk die exakt gleiche Midi-Note, nämlich E5, Noten Nummer 64. Cakewalk versetzt aber identische Noten immer nach rechts, um hier anzuzeigen, dass diese Note zweimal gespielt wird. Für noch mehr visuelles Feedback aktiviert euch in der Ansicht zusätzlich das Gitarrenbrett. Ist übrigens mit Rechtsklick drauf visuell sehr anpassbar. Jetzt gibt es aber nicht nur Noten als Midi-Befehle, sondern auch Songtexte. Hab ich meine Noten eingetragen und will da jetzt einen Songtext dazu, klicke ich auf das Modul Lyrics. Jetzt wird alles so leicht ausgegraut und diese Linie da unten wird sichtbar. Das mischt sich aber nicht so gut mit verwendeter Tabulatur, also schalten wir die über das Layout-Menü wieder ab. Ist die weiße Linie mal weg, einfach nochmal auf Lyrics klicken. Jetzt klicke ich in dieser weißen Linie auf die Stelle, bei der ich starten möchte und dies beschränkt sich dabei auf bereits vorhandene Noten. Ich kann direkt anfangen zu schreiben, dabei springt mein Cursor immer dann zunächst Note, wenn ich entweder die Leertaste drücke oder einen Bindestrich. Bin ich fertig, drücke ich die Enter-Taste. Um eine Passage abzuändern, einfach auf betreffende Passage klicken und editieren. Diese sind dann nicht nur optisch, es werden auch Midi-Events erstellt. Bei VSTs bringt mir das herzlich wenig. Bin ich aber zum Beispiel in der Alleinunterhaltung tätig und habe so ein kompatibles Keyboard, kann ich mir an meinem Display den Songtext zeitsynchron einblenden lassen. Ist auch zum Einsenken übrigens total praktisch. Wenn ihr nur den Text braucht, unter Ansicht Gesangstext. Ich habe bei meinem alten Tyrus Keyboard dafür extra noch einen Videoausgang, um genau diese Lyric-Events an einem externen Monitor anzeigen zu lassen. War sogar nur ein Tchinsch. Und fertig ist die selbstgebaute Midi-Karaoke-Party-Tour. Mal wieder zurück zur Gitarre. Die spielt ja immer so Akkorde und manchmal ist es doch ganz praktisch, wenn man bei den Noten nicht nur die Songtexte runter, sondern auch die Akkorde drüber hat. Mit dem Chord-Modul kann ich mir per Linksklick einen Akkord positionieren. Das ist erstmal nur ein stinknormales C-Tour. Mache ich einen Rechtsklick drauf, kann ich das ändern. Da kann ich jetzt sowas wie G reinschreiben oder auch sowas Buntes wie C-Major 7 B5. Cakewalk formatiert uns das auch noch schön. Aber warum sollten wir uns nur mit den Notennamen zufrieden geben? Warum nicht gleich auch noch einen Griff dazu? Wieder Rechtsklick drauf und als Gruppe wählen wir die Tache. Wenn ich jetzt bei Akkord auf das Dropdown-Menü klicke, kommen eine Vielzahl an vorgespeicherten Akkorden. Wäre der von mir dabei, würden wir automatisch dorthin springen. Den gibt es aber nicht. Ist aber kein Problem. Nehmen wir jetzt erstmal einen vorhandenen, zum Beispiel hier ein C-Major 7. Da gibt es mehrere. Ich nehme mir das hier und klicke OK. Jetzt steht das jeweilige Griffbild drunter. Global kann ich mir diese in den Layout-Optionen jederzeit wieder ein- und ausschalten. Auch kann ich mir meine eigenen Custom-Gitarren-Griffbilder anlegen. Dazu erstelle ich mir einen weiteren Akkord und wieder Rechtsklick drauf und auf Neues Griffbild klicken. Benennen wir den Akkord-Sias Ballon in C-Major 7 B5. Fürs Griffbild sagen wir Cakewalk lediglich die Position der einzelnen Finger. Finger 1, also der Zeigefinger, kommt auf die H-Seite bei Bund 7. Da wir aber keine so hohen Griffbilder zeichnen können, positionieren wir den Zeigefinger erstmal hier, klicken rechts daneben in den leeren Bereich und geben als Bund 7 an. Finger 2, alias Mittelfinger, kommt auf Bund 8 bei der tiefen E-Seite. Finger 3, der Ringfinger, auf Bund 9 der E-Seite und der kleine Finger, der Pinky, daneben auf G, ebenfalls im neunten Bund. Die Seiten A und hohes E bleiben stumm. Den kann ich testweise auch mal anspielen. Bin ich fertig, könnte ich auf OK drücken. Ich könnte aber vorher auch noch auf Speichern klicken. Dann wird dieser Akkord allen anderen hinzugefügt und ich kann ihn auch bei zukünftigen Projekten auswählen. Stellt aber vorher sicher, dass ihr auch die entsprechende Gruppe gewählt habt. Expression. Damit kann ich mir zusätzliche Anweisungen bei bestimmten Stellen dazuschreiben. Auf die gewünschte Stelle hinklicken, Text eingeben und fertig. Kann sich aber auch schnell mal mit dem Gesangstext beißen, aber auch das ist... Der kann sich ganz schnell mal mit dem Gesangstext beißen, ist aber überhaupt kein Problem. Wir können alle Schriften im Layout-Menü anpassen. Auch diese Expressions werden als Midi-Event abgespeichert, haben aber keinen Einfluss auf den Klang. Mit Hairpin machen wir uns ebenfalls ein rein kosmetisches Lauterwerden, Crescendo oder ein Leiserwerden mit Diminuendo. Mit Linksklick platzieren und mit Rechtsklick Art und Länge ändern. Mit einem Rechtsklick lassen sich übrigens die meisten Events in dieser Ansicht ändern. Auch ein Rechtsklick auf die Note zeigt mir deren Eigenschaften an. Da gibt es dann so gut wie alles, was man an einer Midi-Note so anpassen kann. Länge und Position arbeiten dabei mit Format Grundschlag und Ticks. Will ich die Länge eine halbe Note lang, also zwei Grundschläge, kann ich hier 2.000 eingeben. Ich kann aber auch nur mit Ticks arbeiten und dann den Wert 1920 eingeben. Ein weiteres Event ist das Paddle-Event. Der eigentliche Zweck ist, damit ein Sustain-Pedal nachzuahmen. Dabei handelt es sich nicht um eine Midi-Note, sondern um ein CC-Event. Gehört auch zur Midi-Familie und dient zur erweiterten Steuerung. Ganz genau besteht das Paddle-Event aus zwei Aktionen. Das erste ist das P. Damit wird an Controller 64 der Wert 127 gesendet. Was damit ausgelöst wird, ist abhängig vom jeweiligen Instrument. Bei so einem virtuellen Flügel zum Beispiel wird damit das rechte Gaspedal durchgetreten, welches alle gespielten Noten weiterklingen lässt, auch wenn die Noten schon lange nicht mehr gedrückt sind. Bis wir zu dem Stern-Symbol gelangen. Damit sendet Cakewalk wieder an Controller 64, dieses Mal aber den Wert 0. Bei unserem Klavier wird damit das Fußpunktpedal genommen und alle Töne verstummen. Wenn ihr dann alles schön erarbeitet habt und es gut klingt, könnt ihr es auch ausdrucken. Vorher geht ihr aber noch auf Drucken, Vorschau. Hier könnt ihr nämlich noch Anpassungen vornehmen und alles prüfen. Weil so eine Dreckspapierverschwendung muss ja nicht sein. Und so kommt das Ganze dann standardmäßig zu Papier. Als Überschrift steht da immer der Projektname und mit dem Config-Button kann ich die Größe einstellen. Die erinnert sich aber nur, wenn ihr auch entsprechend viele Zeilen habt. Ich kann in der Ansicht und auch zum Drucken auch mehrere Spuren gleichzeitig auswählen und das geht auch ganz fix. In der Spurensicht markiere ich mir alle Spuren, die ich anzeigen möchte und gehe dann auf Ansicht, Partituransicht. Diesen Schritt muss ich jedes Mal machen, wenn ich die Auswahl der Spuren in der Partitur ändern will. Dann druckt euer Ergebnis mal schön aus und bis ihr endlich Ersatz für eure eingetrocknete Patronen habt, empfehle ich euch solange dieses Video. Vielen Dank fürs Zusehen, ihr Lieben. Und bis dahin, Bussi aufs Bauch iberli und Servus.